Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von PowerFoodTV. Wir sind hier im Orleans Arena, bei Sergio, bei Patrick im Zimmer. Salut Sergio, ça va? Très bien, merci. Wir haben es so geregelt, dass ich die Frage auf Deutsch stelle. Patrick wird es übersetzt auf Französisch und Sergio wird es dann auch wieder auf Französisch beantworten. Damit alle, die im Allis zuschauen, in der Westschutz etwas davon haben. Als erstes, kannst du vielleicht mal Sergio fragen, wie es mir so gegangen ist, die letzten Tage mit der Reise, mit dem Entladen hierher, anderes Land, einkaufen, was das für ein Erlebnis war? Wie war das die letzten 3-4 Tage, die wir hier hatten? Aufgrund des Entraines, aufgrund des Sensations, die du hast, aufgrund des Kurses, sich vorbereiten, also in einem neuen Land. Also, bei Grinsboro, 4 semaines in der Reise, war es mehr leicht. Vielleicht, weil es eine Frage von der Übersetzung ist. Wir haben das letzte Entraines am Montag am Montag am Montag. Wir haben angefangen, zu scharfen, tranquillement. Für mich, für den Moment, ist es wirklich sehr, sehr gut. Mieux als in Grinsboro, in allen Dingen. Also, für ihn ist bis jetzt reibungslos gelaufen. Besser als in Grinsboro. Hat er etwas mehr Stress gehabt. Jetzt fühlt er sich etwas ruhiger und alles ist im Griff. Hat er das eigentlich schon realisiert, dass er eigentlich jetzt hier am wichtigsten Wettkampf ist für den Bodybuilder? Also, ob er das wirklich so realisiert hat? Er hat den 1. Profi-Wettkampf gemacht, den 2. Platz. Und jetzt hier, wo jeder eigentlich gerne hin möchte. Und er ist schon im ersten Jahr. Hast du schon realisiert, dass du den größten Wettkampf am wichtigsten in Grinsboro ist? Und das erste Mal, dass du den ersten Mal versucht, das funktioniert hat? Also, für den Moment, ich habe noch nicht gewusst. Ich habe eine Platz in den 6 ersten Jahren, in Grinsboro. Für mich, das ist jetzt nur ein Bonus. Das ist sehr gut passiert. Ich bin da wirklich, ohne keine Pression zu machen. Ich bin bereit, ich bin gut. Ich bin bereit, ich bin gut. Ich bin bereit, alles passiert gut. Ich habe Patrick mit mir diese Woche. Also, es kann nur gut passieren. Und dann ist das einfach nicht. Ich kann nichts anderes machen. Für diese Jahre habe ich auch alles gemacht. Also, er hat es noch nicht so richtig, wie sagt man, realisiert. Für ihn war wirklich nie eine Frage, dass er ein Mr. Olympia will gehen. Er hat immer gedacht, mach mal ein Top 6 im ersten Profi-Wettkampf. Und dann schauen wir mal weiter. Und dann hat es jetzt geklappt. Und er ist umso zufrieden. Aber er macht sich keinen Druck. Er hat alles, was kommt, nimmt er gerne. Ohne jetzt grosse Sachen wollen zu machen. Ohne dann grosse Platzierungen wollen zu machen. Er hat das ja das Beste gegeben. Er fühlt sich gut. Er hat alles gemacht, was nur möglich war, um in Form zu kommen. Also, alles was jetzt kommt, ist nur noch Zucker auf dem Kuchen. Aber der nervös ist ein Schochli. Also, ich weiß es. Aber dann kommen wir ein bisschen nervös. Danke, Uba. Nein, gar nicht. Franchement. Ich finde, ich bin mehr nervös bei der Interview als bei der Kompet. Die Kompet ist für mich ein Bonus. Also, der Wettkampf ist ein Bonus für ihn. Und er ist jetzt nervöser, mit der Interview zu machen, als ein Wettkampf zu machen. Wir haben ja auch noch ein paar Pausen gesehen. Wir sind jetzt 48 Stunden vor dem Wettkampf. Die Form ist ja eigentlich schon relativ gut. Was ist jetzt noch zu weiterem vorgegeben? Was passiert jetzt noch? Also, wir sind jetzt 48 Stunden vor dem Wettkampf. Die Form ist bereits relativ gut. Was passiert jetzt noch bis zum Wettkampf? Also, der große Problem ist, dass wir den Wettkampf zu machen. Es ist immer noch ein paar Wettkampf zu machen. Ich habe immer noch ein paar Wettkampf zu machen. Aber heute Morgen, ich bin ich lege, ich war 203. Dann werden wir eben in der Nähe von Grinsborough vor dem Wettkampf zu unterstützen. Ein grosses Problem, das wir haben auch Probleme aus, das grösste Hindernis ist einfach die 202 Pfunde zu machen. ohne zu viel Substanz zu verlieren. Das letzte Mal war er 197 Pfund, also er hat praktisch 2,5 Kilo liegen lassen, was er nicht nötig hatte. Und das Mal machen wir es einfach so, dass wir schauen, jede Mahlzeit, das Gewicht nehmen, dass wir morgen auf dieser Wage bei 202 stehen und kein Gramm schenken den Leuten. Ich weiss, das macht man eigentlich nicht, wenn man jetzt noch einen Wettkampf vor sich hat, aber hat er sich schon Gedanken gemacht, oder hast du dir schon Gedanken gemacht, was kommt nächstes Jahr? Hängst du noch mal dieses Jahr an? Oder sagst du, vielleicht mal ein Jahr noch warten, oder vielleicht mit dem Hinterkopf, dass jetzt auf 2,12 verhüllt wird? So in dieser Richtung. Ich weiß, dass normalerweise keine Frage ein paar Tage vor dem Konkurse, aber hast du dich schon darauf gemacht, was du am nächsten Mal machen würdest, was du am nächsten Mal machen würdest? Denn die Kategorie 212 wird, was dein Objektiv für am nächsten Mal? Ja, ich mache die Dinge, étape nach étape. Also, wir müssen uns auf der Olympia für den besten Räumen, für den besten Räumen, für den besten Räumen. Après, wir haben uns ein bisschen mit Patrick und es ist wahr, dass mein Ziel ist, dass wir die Masse zu machen, für wirklich kompetitiven. Ich denke, dass das Jahr, das wird vielleicht vielleicht nicht mehr manken, bei den anderen. Aber es muss auf der Szene was das geben wird. Aber das Ziel wäre, für den nächsten Mal, es wäre, ein bisschen die Masse musculaire, damit wir wirklich auf der Limite der Kategorie sind. Und dann, ja, wir müssen eine komplette Pro in der Jahre, um zu sehen, ob wir besser als der zweite. Ziel wäre natürlich schon, nächstes Jahr in der 2.12 zu starten. Er weiss einfach, dass er in gewisser Muskelgruppe noch ein bisschen dünn ist. Er muss einfach ein bisschen dreidimensionell, wirklich, er muss ein bisschen schwerer werden. Aber er ist motiviert und möchte schon nächstes Jahr nochmal starten und schauen, ob er sich nicht einmal einen Profi-Wik-Kampf gewinnen kann. Okay. Für alle die, die sich interessieren, ihr seht schon selber mal zu sehen. Er wird der Schweizer Meisterschaft und der Herbstmeisterschaft 1. und 15. Oktober im Powerfood Stand sein. Oder ihr mal mit ihm applaudieren oder ihn nochmal von der Nähe anschauen. Das ist ein ganz möglicher Typ. Und, ähm, darum hoffen wir, dass die Tiere auch schauen können. Er ist hier, vertritt in die Schweiz, in Las Vegas, in Amerika. Also, bringt ihm den Support entgegen, wenn er schon daheim ist, für ihn mal zu sehen die Hand schütteln um zu gratulieren. Französisch? Ja, ja. Marco, ich sagte, Sergio, er représente la Suisse hier am Mister Olympia. Es ist ein großer Honneur für uns, zu haben, einen Athleten, der uns an diesem Niveau. Er wird bei den Powerfood in Luceern und dem Championnat Suisse in Baal. Es wäre super, wenn ihr ihn unterstützen könnt, und mit ihm zu diskutieren, mit ihm zu fragen, einfach zu wissen, dass viele von Suisse sind hinter ihm. Mano, die Fans in Suisse sind der letzte Wort? von dir? Ich bedanke mich vielen Dank, die mich auf Facebook und die mich unterstützten. Meine Eltern, meine Freundin, meine Kinder, meine Kinder, und alle Freunde, die Kollegen der Arbeit. Es war genial. und wir sperren, dass das weitergeht. Vielen Dank. Bei Powerfood für die Hilfe, für die Hilfe, für die Olympia, für den Voyage etc. Ich glaube, das haben die meisten verstanden. Er dankt seinen Eltern und seinen Freunden, die sich über Facebook melden. Sie sind eine Freundin, ein Kind, Arbeitgeber und Powerfood auch noch am Schluss. Wir werden sicher noch mehr sehen. Wir werden noch ein weiteres Video machen mit Sergio. vielleicht nach der Dings oder noch vorher. Je nachdem, wie er mit seinem Zeitplan ins Schlag kommt, wir werden ihn natürlich auch nicht stark behindern. Weil, wie gesagt, das ist alles wirklich geheimt, auf die Minute genau. Aber es wird sicher noch irgendetwas kommen, ganz sicher, sonst nach dem Olympia, um auch die Eindrücke aufzufangen usw. Okay, das wäre es gewesen. Hier aus dem Hotel New Orleans. Man sieht sich nächstens schon wieder beim nächsten Event. Und das wird wahrscheinlich die Pressekonferenz sein, die heute noch ist. Bis dann, ciao zusammen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.